so hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren let's play dark souls 2 pvp wir sind wieder beschworen worden mal schauen wie sich euer herzfehler diesmal tut bin gespannt ja schauen nein der der wasenmann der wasenmann hallo ja genau jetzt sieht man das mal jetzt geht er danach hinten jetzt ich bleibe mal so er bleibt jetzt da hinten okay jetzt ist er glaube ich runtergefallen ich bin mir nicht sicher gegen mich kämpft ok ganz ruhig das ist aber unfair jetzt verliere ich gleich am anfang er schaut nicht her ich war so und so nicht voll das ist ein der heilte eh selber auch der vorher auch gemacht er ist so lustig ich finde ihn lustig er ist komisch so schaut euch der ist schon gut nutzt die reichweite der schwert ist aus der oder nicht okay ganz ruhig so noch mal nein 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 vollgeben der heilt sie sonst ist so ruhen bock tschuldige weil du das sehen solltest aber das ist nicht normal aber keine bolzen ausgerüstet ok heilte ich ja doch ja voll wieder von neuen wenn er sich heilt heilte ich mich auch das hat er vorher nämlich auch getan das hat man leider gottes nun nicht schildbrecher das kann ich auch schildbrecher interessieren was das für ein level ist die 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 das ist eben das schießende die vor allem nicht verstehen warum man nicht die sie kriegt mit Blüten gehen bis auf ich kämpfe mit Katanern und das ist komplett ausgegrenzt die sind sofort im Arsch so werden keine Bolzen das sollte man auch noch tun magie vielleicht er heizt sich nicht Feuer ganz ruhig ganz ruhig das könnte man auch schaffen nein ja noch ein umgehängt sehr gut wir haben gewonnen shadowking 535 vielen dank wir gehen zurück ans bonfire also wir kommen wieder zurück in unsere welt so vielen dank fürs zusehen macht das gut tschüss papa euer herzfehler und jürgen jürgen jürgen